Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farando und in diesem Video möchte ich dir 5 Methoden vorstellen, wie du bei YouTube Geld verdienen kannst. Das komplett ohne Kosten, ohne Reichweite und ohne, dass du dein Gesicht zeigen musst. Keine Sorge, ich will dir keinen Kurs andrehen oder sonstiges. Es sind auch keine schnell reich werden Methoden, sondern es sind tatsächlich bewährte Methoden, die auch schon viele YouTuber anwenden. Aber es gehört immer noch Arbeit dazu. Wenn du übrigens weitere Ideen hast, dann schreib die gerne in die Kommentare. Dann nutzen wir dieses Video, um ganz, ganz viele Ideen zu sammeln und den Leuten auch wirklich weiterzuhelfen. So, die erste Methode, die ich dir vorstellen möchte, sind die sogenannten Diagrammvideos. Diagrammvideos hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf YouTube, war eine Zeit lang besonders populär, weil dort eben sich gezeigt hat, dass die sehr, sehr gut geklickt werden und viele Aufrufe generieren. Und zwar sind das solche Videos hier, wo zum Beispiel animierte Balkendiagramme eben gezeigt werden. Du kannst mal eingeben oben in die YouTube-Suche Racing Bars. Da siehst du dann genau diese Beispiele, zum Beispiel die schnellstwachsenden Fastfood-Konzerne, die schnellstwachsenden Gaming-Branchen oder wie auch immer oder Spiele. Die schnellstwachsenden YouTube-Kanäle kannst du hier alles quasi grafisch darstellen mit solchen Balkendiagrammen, die dann eben animiert sind. Ich möchte dir auch immer einen Kanal zeigen, der das besonders gut ja umsetzt. In dem Fall ist es Data is Beautiful, haben 1,4 Millionen Abonnenten ausschließlich mit solchen animierten Balkendiagrammen quasi gemacht. Und du siehst ja hier die Top Star Wars Charaktere oder die beliebtesten TV-Serien. Und das ist einfach eine schöne, einfache Methode, wo du halt einfach ja Daten eingibst, zum Beispiel hier in so einem Programm wie Flourish. Das ist kostenlos, kannst du benutzen in der Standardversion, wo du einfach ganz, ganz viele Daten dort einträgst und die erstellen dir dann quasi ein schönes animiertes Balkendiagramm-Video. Du brauchst auch noch nicht mal selber zu sprechen, sondern du kannst das Ganze dann quasi einfach abfilmen mit einem normalen Screen Recorder oder hier sogar runterladen. Und du siehst es ja hier zum Beispiel, hier ist ein Beispiel-Video, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und das ist einfach, wird sehr, sehr stark geklickt. Du brauchst noch nicht mal reden, kannst einfach eine Beispielmusik irgendwie im Hintergrund laufen lassen. Und ja, im Prinzip wird das einfach aufgeklickt, weil die Leute sowas interessiert und es auch immer ganz interessant ist, wie so ein kleines Rennen quasi um Top 1. Hier, du brauchst halt natürlich die Daten, musst sie eingeben. Aber in dem Fall ist das halt im Prinzip die einzige Arbeit, die du leisten musst. Du musst nicht selber vor die Kamera, es ist auch, wie gesagt, kostenlos und es ist preisneutral, weil du eben hier nichts in der Standardversion zahlen musst und in dem Fall dann tatsächlich einfach die Reichweite auf YouTube bekommen kannst durch eben interessante Videos. Klar, du musst dir die Daten eingeben, aber du musst natürlich auch ein interessantes Video schaffen und dann liegen die Chancen ja einfach relativ gut, dass du ein erfolgreiches YouTube-Video erstellst und eben ein Kanal, der auch noch gut wachsen kann. Die zweite Version, wie du auf YouTube Geld verdienen kannst, sind Regen-Videos. Und dazu zählen sowohl die Regen-Videos mit Regengeräuschen als auch zum Beispiel Videos aus einem belebten Café zum Beispiel. Also es gibt einfach Leute, die zum Beispiel jetzt zum Beispiel die Regengeräusche benutzen, um damit einzuschlafen. Die lassen das im Hintergrund laufen. Und du siehst ja auch hier von den Stunden, also vier Stunden, acht Stunden, wie lange die gehen, muss gar nicht so lang sein. Es kann übrigens auch sein, dass du zum Beispiel ein Video nimmst, was einen kompletten Blackscreen hat, wie zum Beispiel hier auch geschrieben, weil nicht jeder kann seinen Fernseher ausmachen beim Schlafen und dann noch die Töne hören. Das heißt, viele nutzen einfach diese Blackscreens. Das heißt, du sparst dir sogar das Video und brauchst nur die Regengeräusche. Und diese Regengeräusche kannst du zum Beispiel einfach dich herausstellen bei Regen, mit deinem Handy fünf Minuten aufnehmen. Achte natürlich darauf, dass es gute Regengeräusche sind, ohne viele Hintergrundgeräusche, also vielleicht keine Straße in der Nähe. Und dann kannst du das im Prinzip einfach nur auf Repeat laufen lassen, also auf Dauerschleife immer wieder diese fünf Minuten. Das merkt der Zuhörer nicht. Aber du persönlich hast dann einfach ein Video, was zum Beispiel acht Stunden lang geht, mit jeweils fünf Minuten Sequenzen von derselben Regenakustik. Und natürlich ist es ein bisschen besser, wenn du noch so ein richtiges Video dazu machst. Das kann ich jetzt auch gleich zeigen, wo du die herbekommst, nämlich von Pexels zum Beispiel. Das ist ein kostenloses Portal, wo du zum Beispiel jetzt hier, ich habe mal Rain-Videos eingegeben, solche Regen-Videos bekommst. Die kannst du genauso auf Dauerschleife laufen lassen oder hintereinander schalten. Das ist vollkommen egal. Und es gibt, wie gesagt, auch Leute, die hören sich gerne neben der Arbeit zum Beispiel belebte Cafés an. Also man kennt ja diese Hintergrundgeräusche von belebten Cafés, wenn du da mal drin sitzt. Kannst du natürlich auch selber aufnehmen. Kannst du auch dich selber rausstellen in den Regen und sowas aufnehmen. Du kannst auch selber dich in Kaffee reinsetzen und Kaffee-Geräusche aufnehmen. Es sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Hauptsache es hilft Leuten, sich besser zu konzentrieren oder besser einzuschlafen. Je nachdem kannst du einfach mal googeln oder auf YouTube schauen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben solche Geräusch-Videos zu machen. Und gerade diese Regen-Videos kommen einfach sehr, sehr gut an. Pexels kannst du, wie gesagt, komplett kostenlos nutzen. Ist auch lizenziert für solche Videos. Also das in dem Fall auch überhaupt kein Problem. Die Regen-Geräusche kannst du auch online irgendwo runterladen. Da einfach mal eingeben. Rain sounds free for commercial use. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn du möchtest das Ganze ja monetarisieren im besten Fall. Und in dem Fall müssen die natürlich auch freigegeben werden für den kommerziellen Gebrauch. Und da kannst du dich einfach mal umschauen. Wie gesagt, das Einfachste ist, wenn du es selber machst, einfach mal rausstellen im Regen oder Fenster auf, wenn es regnet. Und dort eben dein Handy mal raushalten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt den direkten Regen, aber das Geräusch kriegst du da hin. Und in dem Fall ist das eine relativ simple Methode, um hier eine große Nachfrage zu bedienen auf YouTube nach zum Beispiel Regen-Videos. Und da eben Klicks und auch Abonnenten zu generieren. Methode Nummer drei sind Top-5-Videos. Das sind Videos, wo du eben, wie es im Namen schon drinsteckt, eine Top-5 erstellst und präsentierst. In dem Fall von Produkten. Hier gibt es mehrere Methoden, wie du das umsetzen kannst. Du siehst hier zum Beispiel die Top-5-Staubsauger-Roboter-Test 2021. Da siehst du ganz, ganz viele Videos zum Test von Staubsauger-Robotern. Klar, du musst irgendwie an diese Produkte rankommen. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Nummer eins. Also generell übrigens immer aufpassen mit dem Wort Test. Du darfst nichts Test nennen, wo du nicht selber auch einen Test mit gemacht hast. Also du musst da auch immer darauf hinweisen, ob du wirklich einen Test selber gemacht hast oder ob du keinen Test gemacht hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Natürlich kannst du dir diese Produkte zum Beispiel bei Amazon bestellen, zu Hause testen und dann wieder zurückschicken. Im Rahmen der Rückgaberechtsregelungen. Da hast du in der Regel 14 Tage Zeit. Und dann natürlich hier ein schönes Video abdrehen und die Produkte dann wieder zurückschicken. Problem wird hier sein, dass viele Online-Händler oder auch normale Händler dir dann irgendwann mal sagen, hey, so geht das nicht. Du kannst jetzt hier nicht ständig irgendwelche Produkte kaufen oder bestellen und dann wieder zurückschicken. Ist natürlich eine schöne Methode für teure Sachen, weil dann brauchst du nicht fünfmal teure Sachen kaufen, sondern kaufst sie und gibst sie wieder zurück. Jetzt gibt es aber noch eine viel einfache Methode, nämlich einfach die Produktvideos von Unternehmen einfach hernehmen, die dann aber mit einer Quelle verzeichnet sind. Das heißt, hier musst du ganz, ganz sicher sein, dass du diese Videos auch hernehmen darfst, beziehungsweise musst du dich hier auch erschützen, indem du einfach auch die Quelle angibst und sagst, hey, das ist ein offizielles Produktvideo, zum Beispiel hier von Sony. Und das eben auch kenntlich machen im Video. Dann nimmst du im Prinzip von allen fünf Produkten, wo es eben so ein Video gibt, diese Videos zum Beispiel auch in Kurzteilen, bearbeitest die vielleicht auch noch ein bisschen und sprichst dann dazu zu diesen Produkten oder blendest eben ein, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind und machst dann eben ein Top-5-Video aus diesen Videos. Das Ganze kannst du in dem Fall monetarisieren, indem du dann zum Beispiel unten in die Videobeschreibung vom Amazon Partnernet, das ist ein Affiliate-Marketing-Programm von Amazon, einen Link zu dem jeweiligen Produkt reinsetzt und damit dann bis zu 12% Provision an dem Umsatz bekommst. Das Ganze ist komplett kostenlos, dieses Amazon Partnernet und in dem Fall tatsächlich auch, wenn du dann Produkte bewirbst, die du dann tatsächlich auch gut empfohlen hast, wo du dann eben auch eine schöne Provision von bekommst. Natürlich, je teurer die Produkte, in der Regel umso höher die Provision, von daher kann sich das auf jeden Fall auch lohnen. Aber hier bitte immer auf der sicheren Seite sein und im Notfall auch bei den Unternehmen nachfragen, ob sie eventuell auch Werbematerial für dich zur Verfügung haben. Die vierte Methode ist die Review-Videos-Methode und da geht es darum, ähnlich wie bei den Top-5-Videos eben ein Review-Video hochzuladen zu einem gewissen Thema, zu einem gewissen Produkt, zum Beispiel zu digitalen Infoprodukten. Ich habe jetzt einfach mal meinen eigenen Videokurs, die Social Money Masterclass, wo ich eben zeige, wie man mit TikTok Geld verdient. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, für diejenigen, die es interessiert, hier mal bei YouTube eingegeben und das Wort Erfahrungen. In dem Fall kommen ganz, ganz viele Videos von Leuten, die meinen Kurs getestet haben und dann eben damit auch Geld verdienen. Jetzt nicht direkt mit dem Kurs an sich, sondern eben dadurch, dass sie hier ein Review-Video gemacht haben und dann ebenfalls wie beim Amazon-Partnerprogramm quasi einen Affiliate-Link für meinen Videokurs benutzen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Bonus-Kiste Erfahrungen und Tests. Die machen ganz, ganz viele Videos zu solchen Kursen, also zu E-Books, zu Videokursen, aber auch zu anderen digitalen Infoprodukten und bekommen hier teilweise bis zu 70% Provision pro Verkauf. Natürlich braucht man auch hier wieder das Produkt. Hier gibt es aber die wesentlich einfache Möglichkeit, natürlich, du kannst so einen Videokurs kaufen und dann ein Video dazu machen. Du kannst aber auch den Produkthersteller, in dem Fall zum Beispiel mich, anschreiben und sagen, hey, ich möchte gerne ein Video über deine Social Money Masterclass machen. Auf YouTube würdest du mir dazu deinen Kurs kostenlos mal zur Verfügung stellen. Dann sagst du entweder ja oder nein als Produkthersteller. In dem Fall bei mir braucht ihr nicht mehr Anfragen, es gibt schon genügend Videos. Aber es gibt ganz, ganz viele, die eben noch nicht solche Review-Videos auf YouTube haben und das ist natürlich eine schöne Sache für so einen Produkthersteller. Und die meisten machen das über Digistore24, dass sie ihr Produkt anbieten. Und da kannst du dich auch einfach kostenlos registrieren. Es gibt bis zu 70% Provision. Es gibt über 8000 Produkte und 44 Nischen. Ich zeige dir das auch mal wieder am Beispiel von meiner Social Money Masterclass. Die ist hier sehr erfolgreich auf Digistore24. Digistore24 ist ein sehr, sehr gut verkauftes Produkt und in dem Fall kannst du das einfach auch selber persönlich als Affiliate bewerben. Dafür brauchst du kein Geld, dafür brauchst du es auch noch nicht mal selber getestet haben. Aber wenn du natürlich ein Video machst, dann brauchst du natürlich auch ein Video mit Material und in dem Fall natürlich auch das Material aus der Social Money Masterclass. Du darfst auf gar keinen Fall den kompletten Inhalt zeigen von dieser Social Money Masterclass oder von einem anderen Produkt, sondern es geht tatsächlich darum, dass du generell mal so einen kleinen Einblick gewährst und dort dann zum Beispiel auch deine persönliche Meinung zusagst, wie du das findest. Und du siehst auf der linken Seite auch die verschiedenen Nischen. Also es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, solche Produkte zu testen und auch in verschiedenen Nischen dort quasi solche Review-Videos zu machen. Und das Ganze ist für dich kostenlos, wenn du solche Videokurse kostenlos bekommst vom Produktersteller. In der Regel machen es die meisten, vor allem die kleineren, die jetzt noch keine persönlichen Review-Videos auf YouTube zum Beispiel haben. So, und wir kommen auch schon zur letzten Methode, nämlich die Witz-Videos. Und ja, natürlich gibt es auch hier wieder verschiedene Varianten, wie du sowas umsetzen kannst, aber man möchte es gar nicht meinen. Die sind sehr, sehr erfolgreich auf YouTube, solche Witze-Videos. Und da geht es im Prinzip nur darum, dass du zum Beispiel Flachwitze erzählst oder ja, deine Top-Witze der Woche oder deine Top-Witze des Tages oder des Monats. Ganz, ganz egal. Oder die Top-Witze mit Vögeln. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und da geht es im Prinzip nur darum, dass du dir Witze aus dem Internet raussuchst. Da gibt es ja, ich glaube, fünf Millionen insgesamt, die du googeln kannst und die frei verfügbar sind. Und dann machst du im Prinzip ein Video dazu und erzählst diese Witze. Und du siehst ja zum Beispiel bei dem Kanal Spastiger, die haben 41.000 Abonnenten, die machen genau solche Videos. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber du siehst ja auch schon, was wirklich bei einem guten Video an Aufrufzahlen da kommen kann. Und im Prinzip brauchst du auch hier wieder noch nicht mal ein Video. Also es würde schon im Prinzip auch hier der Blackscreen reichen, aber in dem Fall kannst du zum Beispiel auch wieder auf Pexels gehen. Kannst dort ein Video raussuchen, wie zum Beispiel lachende Leute. Und dann eben einfach die Witze dazu erzählen. Klar, du musst jetzt hier nicht direkt für die Kamera, aber du brauchst natürlich deine Stimme, indem du die Witze erzählst. Es ist aber jetzt, glaube ich, nicht so schwierig, wenn man ja einigermaßen sprechen kann und auch deutlich sprechen kann, mit einem Handy zum Beispiel als Aufnahmegerät oder mit einem richtigen Mikro sowas aufzunehmen und dann eben auch hochzuladen. Wenn du übrigens noch kein Videobearbeitungsprogramm hast, ich kann dir ein kostenloses empfehlen, was ich auch selber nutze, nämlich Shotcut. Das ist ein öffentlich zugängliches Videoschneideprogramm und damit kannst du im Prinzip alle YouTube-Videos, ich sage mal, einigermaßen professionell schneiden und auch erstellen. Und das ist einfach ein kostenloses Programm. Da brauchst du jetzt auch kein Geld ausgeben, falls du da noch auf der Suche nach einem bist. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn du mir auch mal dein Feedback da lässt zu diesen fünf Methoden. Vielleicht auch, ob du vielleicht mal eine dieser Methoden selber ausprobieren möchtest. Und wie gesagt, wenn du andere Methoden auch noch kennst, dann schreib das auch gerne in die Kommentare. Wir sind mittlerweile knapp 70.000 Abonnenten kurz davor und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die 70.000 noch voll machen würden. Gerne auch natürlich mehr. Würde mich auch auf jeden Fall über deinen Daumen nach oben freuen als Support und über dein Feedback in den Kommentaren. Wünsche dir alles, alles Gute, viel Spaß und vor allem viel Erfolg beim Geldverdienen, gerne auch mit YouTube. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin, dein Flo Farrell. Von Leib Deutschland Für ich bin jetzt äh, dein Geist und die Arbeit, wir sehen uns im nächsten Video. Von Leib Deutschland